Herzliche Gratulation! Sie haben einen neuen Job. Was Sie nie vergessen dürfen? Sie haben während Ihrer Tätigkeit ordentlich Geld für Ihre eigene Vorsorge gespart. Dieses Geld gehört vollumfänglich Ihnen. Es wird von der jeweiligen Pensionskasse Ihres Arbeitgebers verwaltet. Dieses Geld müssen Sie mitnehmen zu Ihrer neuen Pensionskasse. In Ihrem Falle zur BVK, zur größten Pensionskasse der Schweiz. Sie erhalten von uns die genauen Instruktionen, wie Sie Ihr Geld der BVK überweisen. Und Sie können sicher sein, dass Sie sich bei der BVK ein besonders hohes Guthaben ersparen werden. Sobald Ihr Geld bei uns eingetroffen ist, überprüfen wir genau, ob bei Ihnen Vorsorgelücken bestehen. Diese Vorsorgelücken können Sie mit einem persönlichen Einkauf schließen, wenn Sie möchten. Registrieren Sie sich auf Ihrem Portal mybvk.ch, um Ihre Altersrente zu simulieren. Auf mybvk.ch haben Sie alles unter Kontrolle und können zum Beispiel auf die Vorsorgevariante Top wechseln, womit Sie monatlich zwei Prozentpunkte mehr sparen. So profitieren Sie noch mehr von der überdurchschnittlichen Verzinsung der BVK. Und sollten Sie irgendwann Fragen haben, wir beraten Sie gerne und kostenlos. Rufen Sie uns einfach an oder kommen Sie vorbei.